Er hat dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befeind! Der Angriff Steiner, das war ein Befeind! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, die beiden Befeind durch das Leibchen! So weit ist das einfach gekommen! Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verrestliche Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ist das Feiglinge, verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zuckerfracht haben, Wurden zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur verhindert! Es hat mich jeden nur als festigen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kump daran getan! Und da waren alle Höheroffiziere nicht getätet worden, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und da habe ich allein, allein auf mich das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Das ist nicht so sinnvoll! Ich persönlich muss Ihnen перевitalzen! Ich bin natürlich, mein Mann in der Mann, Ich kann nicht zu tun! Ich bin aber auch immer an! Ich bin aber auch nicht zu, wenn ich jetzt nicht hier bin, ich bin, ich bin aber auch nicht zu tun! Ich bin aber auch nicht zu mir! Vielen Dank.